Toni, der Notar hat gesagt, es ist nichts zu machen. Unser Hof wird versteigert. Es ist alles aus, wir müssen weg. Gar nicht, wir lassen gar niemanden klingeln. Wir sperren alles zu und verteidigen das Haus. Der Hans hilft mit, der ist groß und stark. Es sind zu viele, Toni. Ach was, ich kämpfe für drei. Der Hans für sechs und Ingo zerreißt den Rest. Kennen Sie Hans gut. Wir sind aus dem gleichen Dorf. Na, es wird schon werden. Toni, wohin? Wir haben niemanden. Keine Menschen, der uns hilft. Wir haben kein Zuhause, kein Geld. Wo bleibst du, wenn ich fortgehe, in die Stadt, in den Dienst? Was? Ich? Da? Allein? Nie. Aber wenn ich mit dir gehe. Es gibt doch auch Diener. Hans, ich habe dir doch telegrafiert. Ich war doch in der Stadt, ich war bei dir. Ich habe niemals ein Telegramm bekommen. Frau Baumann hat mir keine Silbe davon gesagt, dass du bei ihr warst. Ich habe doch nur dich. Du hast mir doch geschrieben, dass es aus ist. Nie. Ich schwöre es dir. Ich schwöre es dir. Hans. Hans. Dein Vater will mich heiraten. Ich schwöre es dir. Ganz mutter!